Wir machen drei Übungen und zwar High Knees, Squats und Dips. Dips mache ich hier an der Mauer. Ihr könnt es aber auch an einem Stuhl machen. Und wenn ihr gar nichts zur Hand habt, einfach Liegestütze machen in der Version, die ihr könnt. Da habe ich auch ein Video zu. Ja, ansonsten hat es rein. Viel Spaß, let's go! . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020